Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen auf meinem YouTube Kanal. Damals habe ich viele Videos gemacht und hochgeladen, dann habe ich aber aufgehört, weil mir die Zeit fehlte. Ich habe jetzt wieder angefangen und ich werde viele verschiedene Let's Plays hochladen. Dazu gehören Games wie GTA 5, Call of Duty, Portal 2 Coop Modus, CSGO, Rocket League, Rainbow Six Siege. Und in ferner Zukunft werde ich mir wahrscheinlich auch PlayerUnknown's Battleground holen, weil das ist ja gerade das A und O. Dazu bin ich noch Leader von einem Clan, der nennt sich TCB, The Comeback. Mit über 20 Membern und wir sind eine ganz, ich sag mal so, besondere Truppe. Ansonsten wünsche ich euch noch einen stressfreien Tag, genießt das Leben, haut rein, euer Phil.